Ich arbeite hier am Fraunhofer Institut für integrierte Schaltung und bin Gruppenleiter der Gruppe Audio und Sprachkodierung und wir arbeiten an dem XHE-AC-Codec. Dieser XHE-AC-Codec ist insofern besonders, als dass er zwei Technologien vereint und dadurch haben wir die Möglichkeit die Datenraten sehr viel weiter zu reduzieren. Psychoakustik ist ein Forschungsfeld, das sich damit beschäftigt herauszufinden, wie Menschen Töne, Musik, Schalle irgendwie wahrnehmen und die Psychoakustik und diese Effekte nutzt man aus, um dann eben große Datenmengen zu reduzieren. Unser Codec, der XHE-AC-Codec ist jetzt ja beispielsweise in einem der größten mobilen Betriebssysteme gelandet. Jetzt können andere Firmen dann Video-Streaming und Audio-Streaming-Services anbieten und ja, das ist für uns ein Riesenerfolg. Ein Vorteil der Arbeit bei Fraunhofer ist auch die Möglichkeit der Teilnahme an Fortbildungen, fachlicher Art aber auch, sagen wir mal Soft-Skills, Kommunikation, Meetings leiten und so weiter, die einen wirklich auch persönlich weiterbringen. Also ich bin Vater von zwei Kindern und was bemerkenswert ist, dass ich ohne Probleme auch zweimal etwas länger Elternzeit nehmen konnte und das war für mich natürlich auch ein Riesengewinn auch als Vater. Und das war für mich natürlich auch ein Riesengewinn auch ein Riesengewinn auch ein Riesengewinn auch ein Riesengewinn auch ein Riesengewinn. Und das war für mich natürlich auch ein Riesengewinn auch ein Riesengewinn auch ein Riesengewinn. Und das war für mich natürlich auch ein Riesengewinn auch ein Riesengewinn auch ein Riesengewinn auch ein Riesengewinn auch ein Riesengewinn.